Kann ich eigentlich schon irgendwas craften? Waffen herstellen oder sowas. Waffen, kleine Schwerte, große Schwerte, Kampfarmschienen, Regenstärke, gefangene Fische. Oh Gott, ich kann wieder angeln. Wirklich. Ich nehme noch irgendwelche neuen Plugin-Chips. Sind die schon drin? Wer weiß denn, ob die schon drin sind oder nicht? Zum Beispiel das Auto, ne? Benutz Heilgegenstände? Ja. Achso. Ah, okay. Das sind, okay. Nur im einfachen Modus. Ausrüstbar. Sehr gut. Ja, super. So wirst du also in den einfachen Modus unterstützt, wenn du, da kriegst du einfach irgendwelche Autos, Funktionen. Neu, Kampf. Kampf. Kampfsteuerung, leichter Angriff, schwerer Angriff, Fottangriff. Perfektes Ausweich mit präzisem Timing. Konter. Ja, das ist einfach ein bisschen Tutorial. Wie ist Stufe? Kann man Stufen auswählen? Tumt-Vertrag. Hä? Tumt-Abkommen? Was? Was? Was soll das heißen? Okay. Ich weiß Bescheid. Nicht. Ah, hier gibt's. Kannst du auch die eine, ne? Okay. Oh Gott. Es gibt so viele... Oh. Cool. Dann kannst du sie mal... Was ist denn Animation? Oh. Geil. Guck mal. Nice. Uh. Kannst du sogar die... Da kannst du sogar die Einheiten angucken. Aus... Animation. Dit, dit, dit. Ausrüstung ändern? Was, Alter? Das gibt's ja ja nicht. Mittere Flugeinheit. Gott. Kannst du echt alle, jegliche Einheiten angucken. System speichern geht noch nicht. Aufträge habe ich auch noch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, wir können noch nichts herstellen. Dann legen wir mal los hier, wa? Gucken wir uns mal... Ich vermute mal den Endgegner jetzt an. Sieht nämlich ganz dann aus. Oh, ja. Redet sie nicht? Ei, 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 ei. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Aufpassen, aufpassen. Oh. Scheiß. Dreck. Ei. Ah, Alter. Warnung. Ich schieße einfach mal drauf. Au. Au, 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 au. Alter. Au. Ich krieg direkt ab hier. Okay, wir schieße einfach mal. Okay, wir schießen einfach mal. Oh, oh, das ist jetzt weiter. Ach, die Packe. Ach, die Packe. Okay, okay, okay. Äh, ja. Wie soll ich denn dem ausweichen? Bitteschön. Komm, oder so. Alter, Falter. Kann ich mir ja nur so ausrufen. Krass, ey, scheiße. Und immer schießen, immer schießen, immer fleißig schießen. Okay, wir müssen ja nur den Angriff, die Angriffsschlusser von denen. Au. Ah, Alter. Hä? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Okay. Äh. Schade. Oh, oh. Oh, es wird größer. Es wird größer und, oh, es wird größer und gemeiner. Bitte nicht. Bitte nicht. Du bist nicht mein Gegner. Komm, du bist nicht mein Gegner. Du kannst einfach nicht mein Gegner sein. Du bist verdammt groß. Und ich bin auf dieser Brücke, ja. Alter, diese ganze verdammte Fabrik ist der Gegner. Hallo. Ach. Meine Nase. Ah. Alter. Falter. Weißt du mehr als schießt? Kann ich ja nicht. Und ausweichen. Schieken und ausweichen. Au. Ach. Alter. Wie soll ich denn da ausweichen? Ach. Was ist denn das? Das ist doch Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, Tubi. Hilf mir. Ne. Ne. Wie heißt du nun mal? S9. Ne. 9S. Alter. Ihr habt doch nen Schaden. Alter. Oh. Hey, scheiße, man. Krass. Oh, Alter, ich brauch ne Erholung. So schnell kann ich gar nicht rennen. Wow. Gott. Ey, stirb einfach. Kannst du nicht einfach sterben? Au. Okay. Okay. Ach du Kacke. Warten jetzt. Wat? Okay. Super. Gute Idee. Äh. Er ist tot? Nein? Noch nicht ganz. Wahrscheinlich entwickelt das jetzt einmal weiter. Au. Aua. Das wird wehtun. Schub. Um. Au. Okay. Das war seine Ausrüstung. Das hat sie dann zerlegt. Pupp. Und jetzt ist er los. Oder was? Haben wir ihn jetzt ausgeschaltet? Ich weiß es nicht. 9S! 9S Blackbox Signal detect. Keine Antwort zur Kommunikation. Ich gehe nach ihm.